Wir von Kleeschulte Erden entwickeln und produzieren seit 35 Jahren torffreie und torfreduzierte Blumenerden und Substrate. 95 Prozent unserer nachwachsenden Rohstoffe stammen aus dem heimischen Sauerland. Konsequent war daher für uns der Gedanke, die Verpackungsfolie für Blumenerden zu ersetzen. Unser Team hat über zwei Jahre getüftelt und getestet. Und das Ergebnis ist eine echte Weltneuheit. Die erste Blumenerde in einem Papiersack. Wir haben eine Lawine losgetreten und das Interesse war riesig. In dieser Zeit erhielt ich einen Anruf von Herrn Wilhelm Dückerhoff. Er hat die gleichen Visionen wie wir. Und dann haben wir unsere Kompetenzen zusammengepackt. Die Firma Dückerhoff als Spezialist für Verpackungslösungen im Bereich Papier und wir als Spezialist für nachhaltige Erden und Substrate. Aus dieser Kooperation ist der Guardian entstanden. Dieser Papiersack hat das Potenzial, die Plastikfolie für Blumenerden in ganz großem Stil zu ersetzen. Diese wegweisende Innovation ist entstanden aus einer Kooperation von zwei Familienunternehmen in Südwestfalen. Ich finde ein echter Südwestfalen-Kracher!